ja hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play der goldene kompass ich habe die stimme zu dem in-game sound verbessert hoffe ich wenn ihr mich jetzt besser hört und da haben wir einen karten aufgenommen und sonst ja spielen wir einfach so weiter wie immer so was müssen wir hier machen nur wir können es nur mit dem scooter sprechen außer ihr teamwork ach so ja dann ist sie halt jetzt zu verdammt nochmals ohne müssen mit ihr sprechen ich dachte schon wir hätten dich für immer verloren was ist denn passiert hast du dich verlaufen verkauft so zu ahnen ja das haben wir hier dass da unten erfolgreich abgeschlossen ein mann und eine frau ich konnte entkommen habe mich aber verlaufen und dann haben mich die gobbler erwischt sie brachten mich in ein großes gebäude mit vielen anderen kindern was für eine schreckliche erfahrung das für dich gewesen sein muss wie lange haben sie dich denn in diesem gebäude gefangen gehalten vorwärts mit der linken maustaste so das auch gleich geschafft erfolgreich nicht mal der hälfte der zeit eine weile dann wurden wir auf ein boot nach trolle sind gebracht und ich konnte erneut fliehen aber dann wurde ich von samoyeden geschnappt und hergebracht und sie wollten schneiden mein armer liebling wer wird denn wenigstens befindest du dich jetzt außer gefahr so etwas werden sie dir nie antun ja mir nicht aber so war wieder puzzeln die jagen gesagt das ist hier erfolgreich doch noch aber sie machen es bei den anderen kindern warum wegen dem staub stimmt nur deswegen nehmen sie den kindern ihre daimonen weg richtig liebes wir nehmen euch eure daimon nicht wirklich weg sondern nur den bösen teil der den staub anzieht ja natürlich so springen wir mal hier durch dann kommt der nächste angesäust und nochmals das alles noch mal von vorne bitte und erfolgreich abgeschlossen warum haben sie dann verhindert dass man dasselbe mit mir macht außerdem kann staub nicht so schlimm sein wenn sie und leute es wir und der rektor und alle erwachsenen ihn auch haben beinahe hätte ich es vergessen wenn du nicht den rektor erwähnt hättest hatte die nicht etwas gegeben vielleicht etwas von dem ich nicht erfahren durfte nö also jetzt hier komm mal schnell zur sache hier unten links in der mitte ganz unten rechts oben erfolgreich abgeschlossen sie meinen den kleinen kompass ich wusste gar nicht wie der so wichtig sein könnte er funktioniert nicht mal ich bin froh wenn ich den endlich wieder los bin du warst klug so gut darauf aufzupassen ich bin ja so froh dich endlich wieder als assistentin zu haben na komm sehen wir uns mal das alte ding an das der rektor dir gegeben hat erfolgreich abgeschlossen ja flieh lyra aber klingelingeling ja man hört ja gar nichts so und jetzt was es ist los wir müssen uns unbedingt irgendwo verstecken aber nun wo ach da kleine penner hier er ist direkt hinter uns wir müssen uns unbedingt irgendwo verstecken das war verdammt knapp er kommt zurück er darf uns nicht sehen so nochmal verstecken hier und er kommt wahrscheinlich noch eins mal so dann müssen wir noch hier runter ja du kleine Affe du läufst einfach so rum dich niemals in einen Affen zu verwandeln ja hey ist das nicht das ist die Tür die in den Raum mit dieser grauenhaften Maschine führt wir wir können diese Dämonen doch nicht einfach hier lassen niemals keiner wird merken wenn wir schnell reinschlüpfen sobald der Feueralarm los geht ja dann werden wir jetzt hineinschlüpfen und was ist das eine Maschine die trennen kann wir dürfen nicht zulassen dass sie diese Maschine jemals wieder benutzen wir müssen sie zerstören was soll das Ganze wer bist du nimm augenblicklich deine Finger von der Maschine Lyra du kümmerst dich um ihn ich nehme mir den Affen vor ich brauche schnell einen Gegenstand nehmen wir mal die Murmeln du hast mir bereits genug Ärger bereitet wieso ich fängs erst grad an lieber Herr Doktor so die Schränke sehen noch nicht so schlimm aus aber immer gegen die Kränke Schränke laufen und was auch immer erste Tische hier sind der hat glaubt sein Lars Auge langsam verloren tolle Sache ja tolle Sache kannst du laut sagen und was nehmen wir denn hier äh ist es hier schwer kommen wir nehmen die Murmeln und Explosionen ach das war ja ne ne irgendeine Flasche ich glaub ne CO2 kann ja nicht sein Wasserstoff das verbrennt ja in der Luft und noch ein Courage Punkt Äffchen ne Gesichtsbremse dem Himmel sei dank du bist frei mach mich los hast etwa ein bisschen gekischt oder was denn es ist ja wie jeder weiß im hohen Norden kalt so Boden Symbol Geheimaufgabe Level abgeschlossen die Marionette und weiter geht's mit dem Ladebildschirm und Ach, das will der einem hier schwindelig Ja, Hexen Nummer 1 Zerstöre die Türme Nun denn, das machen wir auch Von diesen Türmen kann nicht auf Ziele direkt unterhalb geschossen werden Mach dir das Gelände zunutze, um in Deckung zu bleiben Und nähere dich ihnen vorsichtig Oh, das werden wir natürlich auch gleich ausprobieren Oh, verdammter Maledeiter So, ihr habt jetzt die letzten Tage hier rumgesabbert So, haben wir den auch schon Waren da noch nicht Ja, hier kommen ja noch Geschütze raus So, du warst jetzt noch der Letzte hier Der so eine Knarre hat So, Wölfsch Ach, hallo Und sind sie auch noch, Leute Ach, die kommen aus Aus dem Schnee Ja, von mir jetzt Hast du die Sau Wenn wir ja das Tier besiegen Sind die Menschen dann auch tot Denn Die haben nicht wie wären Also wie wir jetzt nur ein Körper Sondern die sind ja verbunden Und somit wären wir Verlaub, nochmals Ihr könnt es Ach, ja Der gute alte Jorek Ach, komm Gegen einen Bärenweg So, der ist auch hinüber Ja Ja, ihr habt ja auch nix hier Waren Wer kann jetzt schon mal Zusammenpacken Hier So Der was Und wo kommt eigentlich hier Der ist brüchig Er wird der Heftigkeit seiner Wut Nicht standhalten So, jetzt könnte man hier etwas erleben So, noch ein Hebe Und du bist hinüber So, der ist auch weg Hier haben wir noch ein Türmchen Und Wumms Hier sind wieder zwei Typen Mit So Laserpistolen Die natürlich super hier passen Das muss man ja schon sagen Das muss man ja schon´T Så Das muss man ja schon sagen Untertitelung des ZDF für funk, 2017